Die Sache mit der Unternehmenskultur ist eine sehr abstrakte Sache im Management. Denn es gibt nichts Greifbares, das Führungskräfte und Manager organisieren können. Wir wollen uns aus diesem Grund mit einer Theorie beschäftigen, die uns dabei hilft, Unternehmenskultur besser zu verstehen. Es ist die Theorie nach Edgar Schein, der sich schon sehr lange intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, was Unternehmenskultur eigentlich ist und wie diese Unternehmenskultur sich im Unternehmen auch tatsächlich zeigt. Fangen wir mit der Idee an, die Edgar Schein eigentlich von der Unternehmenskultur selbst hat. Er sieht darin ein Muster und zwar ein Muster von Annahmen, die eine Gruppe oder eine soziale Gruppe von Menschen in einer Organisation von sich selbst treffen oder auch von den Herausforderungen, die an diese Gruppe von Menschen eben gestellt wird. Die Frage, die sich diese Gruppe stellt, ist, wie können wir diese Herausforderungen aus der Umwelt meistern? Dabei geht es um zwei Themen, die diese Gruppe zu bewältigen hat. Zum einen die externe Adaption, also im Prinzip die Umwandlung der Probleme, die die Umwelt mit sich bringt, in Lösungen und zum anderen die der internen Integration. Erweisen sich nun die Annahmen, die diese Gruppe darüber trifft, als richtig, werden diese Annahmen eben als sogenanntes organisationales Erbe an neue Gruppenmitglieder weitergegeben. Diese dann denken und handeln wie die Gruppe, die es bereits in der Organisation gibt. Das ist ein Mechanismus, warum es dazu kommt, dass Mitarbeiter sich irgendwann gleich verhalten. Es geht also um Verhaltensanpassung zu einem Verhalten, das erfolgsversprechend ist. Nehmen wir das Beispiel der Duztkultur oder der Sieztkultur. Dann weiß man ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie das Verhalten in einer Organisation am besten ist. Duzt man sich oder siezt man sich? Das gleiche gilt natürlich für andere Prinzipien in der Organisation, wie man beispielsweise Karriere macht. Ist das über Fleiß und Lösungen und Engagement zu erreichen oder sind es Sympathiewerte, die in der Gruppe eine bestimmte Rolle spielen? Schauen wir uns dazu Beispiele an. In den letzten Jahrzehnten wurde der Begriff der Kultur von vielen Managerinnen und Manager für ganz unterschiedliche Themen verwendet. Manager sprechen beispielsweise über eine Qualitätskultur. Gemeint ist damit der professionelle Umgang mit Abweichungen bei den Materialien, bei den Produkten. Erwartet wird also von den Mitarbeitern, dass sie bestimmte Methoden beherrschen, um diese Qualitätskultur auch tatsächlich umzusetzen. Ein anderes Beispiel ist das der Kundenorientierung. Manager sprechen gerne über die Kultur der Kundenorientierung. Was sie allerdings damit meinen, sind bestimmte Eigenschaften, die Mitarbeiter haben sollen, wenn sie mit Kunden umgehen. Aber was sagt eigentlich Edgar Schein dazu? Edgar Schein sieht das Ganze sehr kritisch. Nach seiner Auffassung ist es nicht möglich, von einer Qualitätskultur oder einer Kultur des Kundendienstes überhaupt zu sprechen. Denn dieser Sprachgebrauch allein impliziert ja stets die Annahme, dass es eine bessere oder eine schlechtere, eine stärkere oder eine schwächere Kultur überhaupt gibt. Und das macht dann auch keinen Unterschied auf die Effektivität, mit der die Organisation arbeitet. Aber in vielen Unternehmen sehen wir eben ziemlich viele Berater, die sogenannte Kulturumfragen anpreisen. Die Berater behaupten dann, dass mit den Daten, die über Mitarbeiterbefragungen erhoben werden, die Leistung und auch die Kultur der Organisation verbessert werden kann. Diese Befragungen sollen dabei helfen, eine bestimmte wünschenswerte Kultur zu schaffen. Doch genau diese Art von Verständnis von Kultur ist nicht richtig. Sie basiert ja auf dem Verständnis, dass wir eine Kultur konstruieren können. Und das ist das Gegenteil von dem, was uns eigentlich Edgar Schein mit seiner Kulturanthropologie sagen möchte. Dieses Verständnis ist denkbar oberflächlich und hat natürlich eine gefährliche Tendenz zur Auffassung, dass Kulturen absolut sind. Dass wir sie in irgendeiner Form steuern können. Doch diese Wirksamkeit der Kultur hat also nichts mit Mechanismus oder mit Konstruktion zu tun. Schauen wir uns deswegen mal drei wichtige Aspekte an, die Edgar Schein selbst in seinem Bild über Unternehmenskultur als sogenannten kulturbildende Aspekte interpretiert. Der erste Aspekt ist seiner Ansicht nach, dass Kultur immer ein soziales Phänomen ist. Unternehmenskultur kann also als eine Art Charaktereigenschaft, eine Art Persönlichkeit der Organisation verstanden werden. Machen Sie den Test, schauen Sie sich jetzt Ihren Nachbarn, Ihren Freund, Ihre Schwester, Ihre Freundin an. Sie können zwar das Verhalten dieser Person beobachten, doch Sie wissen nicht, welche Kräfte dahinter stecken, um dieses Verhalten zu verursachen. Und genau in diesem Kontext versteht Edgar Schein auch Unternehmenskultur. Seiner Ansicht nach hat jede Organisation so etwas wie einen Charakter oder eine Persönlichkeit, die dann das Verhalten der gesamten Gruppe lenkt. Und so kommen wir schon eigentlich zum zweiten Aspekt. Edgar Schein versteht Kultur auch als Normativ einer Gruppe, also als das, was das gesamte Verhalten und die Verhaltensweisen der Gruppe bestimmt. Oder eben nicht nur lenkt, sondern auch einschränkt. Und der dritte Aspekt, der daran anknüpft, ist, dass Edgar Schein die Kultur als eine Ansammlung kultureller Lernprozesse versteht. Und diese Lernprozesse betreffen nicht die gesamte Gruppe, sondern den Einzelnen. Denn jeder Mensch lernt in seiner Familie, in der Schule, im Beruf bestimmte soziale Eigenschaften. Und diese sozialen Eigenschaften werden nun von den Einzelnen in eine Gruppe übertragen. Wenn also nun neue Organisationsmitglieder dazukommen, bringen sie neue gelernte Eigenschaften mit. Und wenn sich diese Eigenschaften bewähren, werden sie als kulturelle Norm mit in das Gedächtnis der Organisation übertragen. Schauen wir uns nochmal zusammenfassend an, was eben Edgar Schein in dieser Abstraktion unter einer Kultur versteht. Zum einen das soziale Phänomen, nämlich dass Gruppen eine Kultur besitzen können. Diese Kultur wird durch bestimmte Normen geprägt oder auch eingeschränkt. Und diese Normen entstehen eigentlich dadurch, dass jeder Einzelne lernt und in seiner Sozialisation bestimmte Eigenschaften entwickelt, die dann mit in die Gruppe überführt werden. Schein liefert uns für dieses Verständnis auch eine Interpretation. Diese ist zwar nicht ganz so einfach zu verdauen, erfordert also eine etwas intensivere Auseinandersetzung mit dieser Beschreibung. Denn das, was er als Kultur ansieht, ist das Muster der gemeinsamen Grundannahmen, die eine Gruppe für sich selbst definiert. Und zwar auf Grundlage dessen, was diese Gruppe gelernt hat. Beispielsweise über eigene Herangehensweisen, Probleme der externen Anpassung und der internen Integration zu lösen. Denn einige dieser Annahmen haben sich als gut erwiesen. Und haben für diese Gruppe nun eine gewisse Gültigkeit, auch in Zukunft mit den Problemen der externen Anpassung sowie der internen Integration besser umzugehen. Und weil diese Muster sich eben als gut erwiesen haben, werden sie dann an neue Mitglieder weitergegeben. Diese Mitglieder entwickeln nun aufgrund dieses Sets an Annahmen ihre ganz eigene Wahrnehmung, ihr eigenes Denken und ihr eigenes Fühlen in Bezug auf die Problemlösungen. Und setzt sich dieser kulturbildende Prozess fort, so können wir formale Merkmale von Unternehmenskultur abgrenzen. Und Schein liefert uns eben genau diese vier Merkmale, die die Unternehmenskultur dann nach der Ausprägung und Entwicklung aufweist. Das erste Merkmal ist, dass Kultur eigentlich immer ein gewisses Maß an struktureller Stabilität für eine Gruppe bietet. Wenn wir sagen, dass etwas kulturell ist, dann bedeutet das, dass es nicht nur geteilt wird, sondern dass es eben auch zu einer gewissen Gruppenidentität führt. Und diese Identität wirkt sich dann auf alle Mitglieder natürlich stabilisierend aus. Ein zweites Merkmal ist, dass diese Kultur sich dann auch auf die tieferen Ebenen einer Gruppe auswirkt, also eher auf die unbewussten Teile. Die meisten Konzepte der Kultur sind also Erscheinungsformen, die wir nicht sehen oder fühlen oder messen können, die aber trotzdem zu einer Stabilität der Verhaltensweisen der Gruppe führen. Und wenn sich das ausbreitet, dann sprechen wir eben von der Breite der Kultur. Diese deckt dann letztendlich alle Funktionen einer Gruppe, einer Organisation ab und bestimmt letztendlich das gesamte Handeln in einer größeren Struktur. Wenn es dazu kommt, können wir das vierte Merkmal abgrenzen, nämlich, dass eine Organisation eine gewisse kulturelle Gestalt entwickelt. Es gibt also diese ganz unterschiedlichen Elemente in einer Kultur, Rituale, Werte, Verhaltensweisen und so weiter. Und diese Elemente werden miteinander verbunden und bilden nun ein kohärentes Ganzes, was eben diese Kultur ausdrückt. Und diese Merkmale sind ein guter Ausgangspunkt, nun danach zu fragen, wie wir diese Phänomene eigentlich festhalten oder bestimmen können. Und genau dafür liefert uns Edgar Schein sein Modell der Kulturanalyse, das vielfach auch in den Managementwissenschaften zitiert wird. In der Abbildung sehen Sie die wichtigsten Ebenen dieser Kulturanalyse. An der Oberfläche befinden sich die sogenannten Artefakte. Die Artefakte sind die Phänomene, die man sieht, hört, fühlt, wenn man beispielsweise auf eine neue Gruppe mit einer bislang unbekannten Kultur trifft. Hierzu zählt, wie diese Gruppe wohnt, in welcher Architektur sie agiert, in welcher physischen Umgebung sie sich bewegt, welche Sprache diese Gruppe verwendet oder auch welche Technologien eingesetzt werden. Oder die künstlerischen Kreationen, ihre Kleidung, ihr Stil, ihre Umgangsformen oder dann eben auch die Mythen und Geschichten, die sich diese Gruppe über die eigene Organisation erzählt. Alles das zählt eben zu den Artefakten. Schauen wir eine Ebene tiefer, kommen wir zu den sogenannten Überzeugungen oder Glaubenssätzen. Das sind im Prinzip die Lernprozesse, über die wir gesprochen haben, die sich nun aus den Überzeugungen und Werten einer einzelnen Person in eine Überzeugung der Gruppe wandeln. Machen wir ein Beispiel. Ein Unternehmen wird gegründet. Die Person, die ganz am Anfang die erste Lösung vorschlägt, wird höchstwahrscheinlich eine gute Chance darauf haben, zum Anführer oder zum Gründer dieser Gruppe benannt zu werden. Denn am Anfang sind sich ja alle uneinig, ob diese Vorgehensweise, die eine Person vorschlägt, auch tatsächlich ein Problem löst. Später dann, wenn sich gezeigt hat, dass die vorgeschlagene Lösung dieser einzelnen Person gut war und zu einer Lösung geführt hat, dann übernimmt die Gruppe die Annahme, dass diese Lösung offensichtlich gut sein muss. Und er nennt diese einzelne Person zu ihren Anführern oder Gründern. Und das Ganze setzt sich immer und immer wieder fort. Diese Annahmen werden also später in Überzeugungen der Organisation münden, in bestimmten Philosophien, in bestimmten Ideologien. Die Organisation gibt sich also selbst einen Leitfaden, wie Probleme gelöst werden. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein Problem immer und immer wieder gut gelöst wird und diese Lösung auch funktioniert, dann kommen wir zur dritten Ebene, nämlich den Grundannahmen. Die Grundannahmen bilden im Prinzip das stabilste Element einer Organisation. Hier geht es darum, bewährte Techniken, bewährte Glaubenssätze der Organisation zu überführen in Grundannahmen der gesamten Gruppe. Soziologen sehen in genau diesen Grundannahmen die dominante Wertorientierung, die sich eine Organisation geben kann. Grundannahmen sind also das, was für alle selbstverständlich ist. Für eine Gruppe beispielsweise könnte eine Grundannahme darin bestehen, dass die Rechte des Einzelnen unter denen der Gruppenmitglieder stehen. Das könnte dazu führen, dass die Gruppe davon ausgeht, dass jedes Mitglied sich grundsätzlich für die Gruppe aufopfert. Wir sehen dieses Phänomen beispielsweise in kriminellen Banden sehr häufig vorhanden. Die Grundannahmen werden niemals infrage gestellt und bilden damit das stabilste Element, wie sich eine Gruppe zeigt und wie sich ihre Unternehmenskultur dann letztendlich auch ausdrückt. Dieses Modell der Kulturanalyse nach Schein kann nun Managern dabei helfen, die Kultur ihrer Gruppe auf diesen drei Ebenen zu untersuchen. Auf der Ebene der Artefakte, auf der Ebene der von ihr vertretenen Überzeugungen und Werte und drittens auf der Ebene der zugrunde liegenden Annahmen. Die Annahmen zu verstehen, also die Grundannahmen, stellt das wichtigste Element dar. Denn wenn man diese entschlüsselt hat, dann erst kann man die Artefakte richtig interpretieren und dann kann man auch die Glaubenssätze und die Werte dieser Organisation überhaupt verstehen. Mit anderen Worten, das Wesen einer Kultur liegt also im Muster der grundlegenden Annahmen. Wenn man diese kennt, kann man alle anderen oberflächlichen Ebenen leicht verstehen und angemessen mit ihnen umgehen.